Hi, ich habe mir in letzter Zeit überlegt, wann Mount & Blade 2 Bandelord rauskommen könnte. Ich konnte es mir selbst nicht erklären, daher habe ich mich im Internet nochmal ein bisschen schlau gemacht und mir den jetzigen Entwicklungsstand angeschaut und etwas analysiert. Ich werde heute ein bisschen über den Release spekulieren und einen ungefähren Zeitraum einschätzen, wann es denn soweit sein könnte, bis wir endlich das Spiel in den Händen halten und unsere eigenen Geschichten in Karadia erleben können. Vorab, man kann selbst heute nicht sagen, wie weit das Entwicklerteam ist. TaleWorlds, das Entwicklerstudio von Bannerlord, hat schon einige Gameplays und Trailer auf den großen Spielemessen veröffentlicht. Und dabei ist vor allem die Entwicklungssteigerung erkennbar. Bei der ersten Messe, wo sie das Spiel vorgestellt haben, konnten sie nur einige Menüs, Städte und Dörfer zeigen, sowie die Animation des Wetters und der Umwelt. Übrigens bin ich seitdem sowas von gespannt auf den zweiten Teil von Mount & Blade. Ich kann es kaum mehr erwarten. Bei der Gamescom 2017 haben sie schon die ersten größeren Schlachten gezeigt. Diese sahen alle schon sehr ausgereift aus und sind kein Vergleich zu den Gameplays aus den Jahren zuvor. Diese großen Entwicklungsschritte sprechen schon einmal dafür, dass es 2018 sehr wahrscheinlich ist, dass das Spiel released wird. Und eventuell sogar schon in der ersten Jahreshälfte. Ich für meinen Teil halte es für sehr wahrscheinlich, dass in den nächsten sechs bis acht Wochen das Release-Datum angekündigt wird. Man weiß leider noch nicht, ob sie eine Beta- oder Alpha-Phase zwischenschieben werden. Aber wie auch immer. Die Zeit wird auf jeden Fall zeigen, wann der Release sein wird. Ich hoffe, dass ich dich unterhalten konnte und dem Release-Datum näher bringen konnte. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch mal einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye!